Das ist Karl. Karl ist Unternehmer mit Leib und Seele. Er hat voll motiviert sein Unternehmen auch schon brav aufgebaut und hat durchaus Erfolg. Und trotzdem, er fühlt sich wie in einem Hamsterrad. Trotz seiner Bemühungen kommt er nicht mehr wirklich weiter. Er findet kaum neue Kunden. Er kämpft mit gesetzlichen Vorgaben, mit Umweltauflagen, mit dem Onlinehandel, dem Fachkräftemangel, dem Klimawandel, mit seiner Motivation. Das sind die Unternehmer des Chapters Rialto aus dem BMI-Netzwerk. Sie sind Unternehmerinnen und Unternehmer mit Leib und Seele. Sie haben voll motiviert ihre Unternehmen aufgebaut und treiben ihr Business voll motiviert immer weiter voran. Trotz gesetzlicher Vorgaben, trotz Umweltauflagen, Onlinehandel, Fachkräftemangel und Klimawandel. Denn Sie haben professionelle Unterstützung. Alle Ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem Chapter Rialto und vielen anderen Chaptern. Sie unterstützen einander wie ein grosses Verkaufsteam, doch ohne Provisionsinteresse. So finden Sie leicht Ihre Wunschkunden, steigern Ihren Umsatz und haben dabei noch Spaß. Karl macht sein Unternehmerleben nur mehr bedingt Spaß. Ja, er macht genug Umsatz. Ja, er ist ausgelastet. Aber soll es wirklich immer so im selben Trott weitergehen? Gibt es nicht etwas anderes, etwas Besseres, einen anderen Weg, Geschäfte zu machen? Da bekommt Karl eine Einladung. Zu einem Frühstück. Mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern. Mit Menschen, die offenbar diese andere Art, Geschäfte zu machen, schon gefunden haben. Karl nimmt die Einladung an. Beim Frühstück kann Karl viele neue Kontakte knüpfen. Er lernt interessante Menschen kennen. Unternehmerisch denkende Menschen, die hier alle die gleichen Werte leben. Wer gibt, gewinnt, ist Ihr Motto. Und darum geben Sie einander Empfehlungen, Wertschätzung, Kontakte, Zeit. Sie setzen sich Ziele. Nicht nur jeder für sich, auch gemeinsame, für das ganze Chapter. Und Sie bekommen bei jedem Treffen Tools für besseres Netzwerken. Inputs, um Ihr Unternehmen und Ihr Netzwerk schneller, besser und nachhaltiger zu entwickeln. Sie unterstützen sich gegenseitig. Dadurch profitiert jeder Einzelne. Und weil Sie alle aus einer Region kommen, profitiert davon auch die gesamte Region. Karl erkennt, das ist genau, was er gesucht hat. Ein neues Modell, sich weiterzuentwickeln, neue Kunden zu finden. Ein neuer Weg, ohne Konkurrenzdenken, mehr Umsatz zu machen. Eine andere Art, miteinander mehr Erfolg zu haben. Er bewirbt sich also bei Rialto, dem coolen Chapter seiner Region. Er setzt sich Ziele, in der Gewissheit, dass auch für ihn gilt, jeder BNI-Unternehmer in Niederösterreich erreicht seine Ziele. Und bald sagt auch er aus voller Überzeugung, wir verändern die Art und Weise, wie Geschäfte gemacht werden. BNE. Changing the way the world does business.